Und Kidders C etwas zu spät, beziehungsweise Fisto zu früh im Pit und damit kann man jetzt hier weiter aufräumen. Die Volkspalana alleine steht in fünf Mann drin, hängt hier sehr, sehr viel, redeemed jetzt auf der Jagd. Aber er hat noch nicht die Damage hier, wenn er braucht und damit können Neon und Autofill aufräumen.